Hier ging es nicht weiter, ne? Alter Junge! Du kleiner Hodenkobold, ey. War mein Leben unten, oder was? Oder warum hat er mich so leicht besiegen können? Hier ist nichts. Einfach weiter gehen. Hier kommen wir doch her. Hier. Ich stelle dir mal vor, man würde wie in Dark Souls jedes Mal, wenn man stirbt, oder Elden Ring, sein Zeug verlieren. Man müsste es wieder aufsammeln. Aber das ist ja gerade das Schöne, das verlierst du einfach nicht. Da ist er, ja. Du bist echt eine große Hilfe, danke dir, Mann. Da ist der Kern, ja. War das jetzt? Oh nein, der ist der kleine Mönch. Oh nein. 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 Alter, der hat mir den scheiß Drachen auf den Hals gehetzt. Der Pisser. So, Junge, das ist kein... Das ist nicht besonders rein. Der kleine... Äh... Kobold. Aber wir werden anscheinend gerade nicht campen. Dann schauen wir mir erstmal um. Das und so, das gefällt mir besser als Elden Ring. Elden Ring fand ich geiler. Findest du echt, dass das hier... Ja gut, das ist halt... Ich finde aber, hier ist zu viel Action. Stellenweise. Ich würde mir mehr erkunden und weniger Bosskämpfe wünschen. Das sind viel zu viele Bosskämpfe, meiner Meinung nach. Ah, I get it now. For Buddhas, that boy said. Ha, there must be more Buddhas to worship. Looney Monk. God's reason with him. Ja, ich meine, mir gefällt es nicht ganz so gut, dass ich hier ständig nur von einem Boss zum anderen Boss baller, weißt du? Bei Lies of Pi konntest du, finde ich, viel... Zum Beispiel, oder bei Eltern kannst du viel mehr erkunden, bis du zum nächsten Boss musst. Visit each temple you encounter and worship every Buddha you see, or the true face of Buddha will always remain elusive to your eyes. Visit each temple, or the true face... Why the rush? Try looking around. To see a Buddha, one must hold the Buddha in one's heart. Why the rush? To see a Buddha, one must hold the Buddha in one's heart. Also, jeden Buddha anbeten. Und dann kriegen wir was. Alles klar. Just go through the motions, boy. Who knows if it's true or not? That little monk was speaking riddles. Alter Junge. Hohohohohohoho. Da konnte ich einmal ausholen. Ist schon nice. Aber bei den Boss-Gegnern wirkt es leider nicht so lang, aber ist halt logisch, ne? Hallo. Bing! Die geben gut Punkte. Zwei! Zwei habe ich bekommen. Warum habe ich den anderen nicht benutzt? Hä? Das braucht zwei Punkte. Verteidigung. Erhöre das maximale Mana. Stauberwiederherstellung. Angriff. Erhöre den Angriff leicht. Ja. Inventar. Was hat er denn? Alter. Bloß in Ruhe, ey. Ist nichts mehr. Ist voll cool, dass er uns begleitet. Das wäre cooler, wenn er uns die ganze Zeit begleiten würde. Ich mag das irgendwie so ein... So einen dabei zu haben, der irgendwie so mit einem redet und so weiter. Besser, der hat einen fetten Stein und benutzt ihn nicht. Sein Problem. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Der hat mich so gefängt, wie ich das nicht benutzt hätte. Ich sehe nichts. Ah ja. Ja. Das war's für heute. Was da hin? Oh my god. Oh my god. Muss der jetzt Stress machen, Alter. Das ist wie der eine Kumpel aus der Gruppe, der besoffen jeden anpöbelt. Weißt du, wer darfst du da wieder ficken? Ich. Das ist mir ein Weg, Alter. Ah ja. Was gefällt mir von den Spielen am besten? Von welchen Spielen? Welche meinst du jetzt? Also ich finde hier das Kampfsystem schon ganz cool. Aber bei hier zum Beispiel finde ich es nicht so cool, dass zu oft Bosse kommen. Hauptbosse. Also gut. Manche musst du nicht machen. Du musst dir theoretisch pro Level nur zwei Bosse machen. Aber die ganzen Nebenbosse, die bringen halt EP und alles, ne? Und so. Aber wenn du es halt nicht machst, kriegst du halt viel weniger Erfahrungspunkte und so weiter und steigst dann schwieriger auf, also später auf. Was das Problem zufolge hat, dass du halt auch die Weltbosse schwieriger schaffst. Und du halt keine Punkte hast. Das ist ein Genre. Boah. Ich würde schon sagen Elden Ring. Aber Wukong ist schon ziemlich nah dran. Shit. Shit. Wieso ist der so stark, Alter? Wir halten irgendwie mehr Schläge aus jetzt. Natürlich klopft er mir noch zweimal ein. Also Elden Ring finde ich fast schon... Du hast es dir doch geholt, oder? Hast du es abgebrochen, oder was? Hast du es nicht mal gespielt im Stream? Ich muss noch Radar besiegen im DLC. Aber ansonsten... Fand ich es geil. Ich warte noch, dass ein Buff, ein Nerf kommt, dass ich den quasi leichter besiegen kann. Ja, kaum Zeit oder kaum Bock. Das ist die Frage. Das ist ein Unterschied. Ich muss hier rein, okay. Okay. Das ist eine voll coole Verzierung. Ist da noch was? Nö. Ich finde diese Level-Designs halt hier auch geil bei dem Spiel. Gute das mal an, diese Höhlen, ey. Selbst auf mittlerer Grafik ist das halt schon geil. Okay. Ja, das finde ich gut, dass da so ein Ding ist. Da ist nix. Ne. Jetzt kommt bestimmt irgendwas, wo ich richtig auf die Fresse kriege. Jetzt kommt doch wieder irgendein Boss. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Ja. Das ist der Bestand-One. Es wird mir auch gut fit. Junge! Schade. Willst du nicht weiterkämpfen? Was ist denn mit dir? Nein, ich hab nix mehr zum... Ich muss ihn jetzt komplett allein besiegen. Es lädt alles auf. Warte, ist hier noch was? Okay, ich hab was. Okay. 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 Natürlich nur noch ein Schlag, ey. Wir treffen mich immer am letzten Schlag. Am vor... Ja. Kurz vor dem letzten Schlag treffen die mich immer. Die ist Schweine. Ja. Ja. So, da haben wir was. Ja. 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 Ich würde ihm auch beten. Das hat sie erledigt. So, was kriegt man jetzt? Komm, was Gutes. Äh, nicht genü- Wird der nächste tötige Schaden vermieten. Äh, ne. Äh, das ist aber beträchtlich. Dann können wir den Angriff einfach mal in den Treffen und mit den... Den Angriff einfach mal in den Treffen. Hier, jetzt lasse ich beides erstmal so. Ey, du feige Sau, wo bist du denn jetzt? Bist du fast tot, komm. Lass es zu Ende bringen hier. Ja, steckt der sich jetzt hier, oder was? Wieso kriegt der kleine Mönch eigentlich keine Probleme? Oh nein. Große Fläche. Große Fläche. Habe ich da drauf Bock? Gesteckt. Der ist es! Und jetzt! Wo ist es? Opa? Junge! Los! Lass mich Ruhe! Geh weg! Nunge! Nunge! Steh halt auf! Was ist denn mit dem Affen los, ey? Was ist denn mit dem Affen los? 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 Jetzt weiß ich was er hier gemacht hat! Da steht er! Entschuldigung! Ich glaube das kostet sogar 70 Euro, kann das sein? Schau mal auf Steam nach! Ich glaube es waren schon sogar 69 Euro, kann das sein? Oder 60? Ich weiß es nicht genau! Bing! So, schauen wir mal! Selbstbestimmung! Was macht das? Das brauchen wir nicht! Äh... Macht jedes Erste ausweichen agiler und flexi... Es ist jedes Erste! Das bringt mir nichts! Ja, Ausdauerkosten für Sprinten werden verringert! Das ist gut! So, ich glaube jetzt brauchen... Ich komme von hier, ne? Ich glaube jetzt brauchen wir nichts mehr! Und runter! Und runter! Äh... Ach, das ist so einer! Teil der Ekstase! Steifi! Wartest du da nackt auf mich? Jawoll! So muss das! Ah, einmal... Ah, hab ich schon! Scheiße! Egal! So, gespeichert! Jetzt ist mir alles egal! Erstmal kurzzeitig! Ach, hallo! Alter! Mach mal langsam hier, Junge! Wartier mal! Wartier mal! Muss ich runter! Flup! Ja, genau! Ist wichtig! Halt! Halt! Da war doch grad noch was! Alter! Was sind das? Das war Flecken auf dem Boden! Das ist aber nicht so cool! Ich glaube! Ja! Das war's! Ich habe mich überrascht! Ich habe mich überrascht! Ich habe mich überrascht! Ich starte mal eben neu. Guck mal, ob das Problem behebt, weil das ist ja echt hässlich mit diesen Rechtecken da auf dem Boden. Dauert es kurz. Muss ich dann zusammenschneiden, aber ist okay. 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 Alter, ich drück. Sicher. Ich bin auch drüben. Ich bin auch drüben. So, jetzt sollte das weg sein. So, ich hab mal neu gestartet. Weil, man hat so Quadrate auf dem Boden gesehen. Von den Shadern her. Das ist halt uncool. Jetzt ist es wieder weg. Ja, bist alleine. Mit deinem Scheiß-Elektro-Zeug da. Er kann sich mal verpissen. Ich bin auch drüben. Okay, die sind stärker. Alter! Ich glaube, es hackt. So. Was macht das? Ah, naja, flexibler. Feuerkreis. Was will ich mit Feuerkreis? Ich will lieber aufs H genau. Ähm. Kritt kann man dadurch auslösen. Zulatron hat ein bisschen Spaß. Was ist das? Boah, Junge! Junge! Alter, ich wollte gerade heilen. Ohohohoho! Der hat die Hände gefesselt! Ohohoho! Ich wollte gerade heilen, dachte mir, na komm, das schaffst du auch so! Ja! Jetzt hebe ich mir die ganzen Dinger auf! Da steht einer, hab ich gar nicht gesehen! Der war so getarnt! So, du kannst dich jetzt mal verpissen! Boah! Weißt du, was ich jetzt mach? Ohohoho! 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 Wie ist denn die Hände? Ohohohoho... Und wer ist das? Ohohoho! Ach, Junge! Junge! Alter, jetzt lass mich doch auch mal was machen! Boah, Alter! Junge, lass mich doch mal wegkommen! Lass mich doch mal aufstehen! Boah, Junge! Nein! Ich bin ein Visor, nicht die Wrecht! 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 Oh, Junge! Oh, Junge! Ich glaube, den mach ich einfach nicht! Der geht Major auf den Piss! Ich hab da gar keinen Bock drauf! Ich muss den ja nicht machen! Ich lauf einfach an dem vorbei! Hm, da hinten ist noch was, seh ich grad! Wohin jetzt? Hoch, runter, wohin? Keine Ahnung! Ah, guck mal einer an! Ich bin ein Visor! Ich bin ein Visor, nicht die Wrecht! Ich bin ein Visor, nicht die Wrecht! Hier! Flup! Eingesaukt den guten! Okay. Ich hab keine Ahnung, ob ich hier unten hin muss. Jetzt sammeln doch die Kacke hier ein. Oh nein, ich hab mich vergiftet. Oh nein, ich hab mich vergiftet. Da geht es tief runter. Ich komme hier auch unternehmen, ne? Doch. Und nun? Ah. 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 Sollte ich auf die Art da hinkommen? Oh oh. Oh nein. Das wäre doch die perfekte Kampfarena hier. Oh. Um. Warum genau ist hier nix? Äh, Frage... Was ist hier? Hä? Hey, kein Plan. Ich glaube, es soll noch gar nicht hier sein. Der konnte, glaube ich, auch was für mich machen, oder? Kann das sein? Ich glaube, der konnte auch was für mich machen. Hallo, mein Freund. Ich glaube, mein Herr Lau, illuminate your path, brave one. Oh, wie zieht er sterblich an? Oh, wie zieht er sterblich an? Jawohl. Oh, wie zieht er? Oh, wie zieht er? Oh, wie zieht er? Also auf den Mönch, das muss jetzt nicht sein. Tschüss, tschüss. Alter. Warte mal, was ist das? Medizin Akkord. Mh... 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 Gurtnaufüllung. Das heißt, ich könnte einmal noch... Ja, ja, ja. Ich guck jetzt noch mal, wo die sind. Wo diese... Tschir... Duftrebe... Mh... 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 Einmal habe ich die Schlange gesehen, ja... Mh... Ja, ich muss zur Schlange. Da war irgendwo... Kann ich da überhaupt nochmal zurück? Oder ist es jetzt komplett versaut? Nördliches Ufer, ich kann da hin. Okay, das ist das Ufer, das war nicht mehr auf der Schildkröte. Gut. Ich geh mal auf. Gut, das ist mir wichtig. Ich brauch einen, dann kann ich die Flasche verbessern. Die habe ich gefunden, tatsächlich. Okay, immer hoch, immer am Ufer entlang und dann hoch. Geht los weg, ey, ich hab keinen Bock auf euch. Das muss halt echt nicht sein. Ah, Mann. Oh Mann. Nein. Genau. Okay, ich bin ultraig. Ich mache dich jetzt zu dir. Ich mache euch mal an die Flasche. Ich mache euch mal an die Flasche. Ich mache euch die Flasche. Nee, hier nicht. Äh? Vielleicht über die. Vielleicht auch nicht bis ganz hinter. Oh nein, die Fehler sind wieder da. Doch, ich glaube, ich bin hier richtig. Da war ich noch nicht. Jetzt mach halt! Ucht! So, der ist down. Yo, ey, was haben die denn sich alles einfallen lassen? Ich hab gewusst, ich hab irgendwas vergessen. Das siehst du es mal wieder. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, ich vergesse wieder eine Menge Zeug. Hier oben ist bestimmt nochmal irgendwas. Gut, dass es diese Videos gibt, ey. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ok, wir sehen uns. Ich hab hier den ganzen Bereich übersehen. Den ganzen fucking Bereich hab ich übersehen. Macht's gut. Das war alles, was ich brauch. Ciao. Jetzt müsste er eigentlich in der Lage sein, die Flasche zu verbessern. Ey, das ist eine Aufladung mehr. Das macht einen Unterschied. Da geht's. Da geht's.